Hallo? Hallo? Aha, wir haben ja diesen schönen Fertekopfnebel. Außerdem ist es eine Dunkelnebel. Was ist das? Ohne Fertekopfnebel. Was sind wir eigentlich bei Wikipedia? Hm, komisch. Gib mal ein bisschen was rein. Euer Nebel. Ach, der ist ja schön. Ja. Ja, hier könnt ihr was schnell so drüber auslesen. Sehr interessant, oder? Hm. Da braucht man schon sowas. Ich. Na, gucken wir mal einfach mal weiter. Guck mal hier bei interessanten Bildern finden. Oh, ja. Hatten Durchmesser von 24 Dichtiger, aber noch schon, dann geht's ja nicht mehr. Früher stand es ein bisschen anders geschrieben. Hä? Früher stand was anderes hier. Na ja, egal. Die Wikipedia ist nicht so ganz sicher.